Hallo meine Lieben, ich spiele heute mal wieder eine Runde Lucky Block und ihr seht hier auf jeden Fall schon. Äh, jetzt gerade hatten wir schon wieder hier Wolle gedroppt ohne Ende. Äh, ich brauche nicht so viel Wolle, warte ich schmeiß mal ein bisschen Wolle raus hier. Ähm, so viel Wolle brauche ich nämlich gar nicht. Ähm, ich brauche eigentlich keine davon. Außer man kann vielleicht immer, grüne Wolle lasse ich mal. Okay, den Rest, ich brauche noch ein bisschen Platz und hab ich... Nein. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen Wolle, jetzt könnte ich mich hier rüber bauen. Dann könnte ich mir nämlich die Sachen gleich abholen. Äh, ja. So, ich gehe immer mal einen Schritt zurück und ich das hier, ähm... Ah, habt ihr das gerade skidt? Genau, das war gerade letztes Mal. Der Zombie ist einfach... Wie so verrückt der einfach runtergesprungen. Oder ist der runtergeflogen? Habt ihr das jetzt schnell gesehen? Das ist so dumm. Das ist so... Was macht der denn? Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. So einen dummen Zombie habe ich aber auch nie gesehen eigentlich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht gut. Und... Okay. Ich ziehe mal diesen... Dieses komische Dings, der Bums da an. Mit dem kann ich nicht fliegen, aber... Oh nein. Oh nein. Ich bring mich selber um. Lieber selber umbringen. So, ich muss aufpassen, dass der Schalker mich nicht trifft. Äh... Ja. Gut. Die neuen Wolle, die... So, ich glaube hier mal lieber einen Schritt zurück, da kann er mich nicht treffen. Oh nein, das war so klar. Hallo Herr Kollege. Okay, ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Aber ich habe hier gute Sachen bekommen. Schon wieder muss nehmen? Das brauche ich eigentlich nicht. Komm, runter runter. Komm. Jetzt habe ich sie runter. Jetzt habe ich sie runter. Jetzt habe ich sie dauernd bekommen. Ich glaube, sie ist tot, die Hexe. Habe jetzt gerade mal Glück gehabt hat. Die hat mich jetzt schon wieder mit dem Blöden Trank hier vergift. Jetzt muss ich die... Muss ich mir nochmal Sachen rausschmeißen. Weil ich sie eigentlich gar nicht brauche. Ähm... Ich bekomme hier auch schon wieder Damage. Ich weiß auch nicht warum, aber... Ja, stimmt. Ich habe ja den Trank noch genommen. Meine Güte, warum muss ich immer da hinwerfen? Habe ich schon wieder so viel Wolle, mein Gott. Doch, das ist die ganze Wolle nicht. Mein Gott, jetzt stoppt es hier schon wieder, oder was? Nein. Nicht noch mehr Wolle! Nicht noch mehr Wolle! Nicht noch mehr Wolle! Das ist mal nix. Äh... Habt ihr irgendwie eine Ahnung, was das für ein Winninger ist? Ich habe eigentlich keinen Schimmer, was das für ein Winninger ist. Okay. Herr Kollege, du darfst bleiben. Nein. Okay, Leute, wenn das jetzt hier nicht aufhört, dann kann ich irgendwann aufgeben. Aber ich habe hier mal ganz kurz schnell die Sachen machen, die wo ich hier alle verloren habe. Ey! Tolle Kollege, lassen sie bloß meine Sachen holen. Sonst kill ich sie. So, ich habe jetzt mal ganz kurz tauschen hier. Was macht der Winninger eigentlich? Macht eigentlich hier nichts, außer, ich könnte vielleicht versuchen, den Schneemann irgendwie dahin zu locken. Naja, der scheint schon, ähm... Das sind zwei Schneemann dagegen einen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich werde sterben. Nicht schon wieder. Warum habe ich immer den falschen Block erwischt? Okay, ich muss irgendwie schauen, dass ich... Äh... Ich habe gerade mal ein Herz. Wow, 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 wow. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde das Video jetzt dann gleich mal beenden. Nein. Ich glaube, ich spinne. Wo bin ich hier bloß gelandet? Leute, das war's für den Video zu Minecraft Lucky Block. K.O. 3. Leute. Ciao. Wow.